Check läuft. Ist on. Ich geh doppelhäuser. All the block ist hartgeil. Ich geh doppelhäuser. Oh nö, da war schon wer. Oh nö. Oder war da wer? Ich weiß es nicht. Ne, doch nicht. Und der Block ist halt... ...alleine. Keine Freunde. Digga, da ist nicht so viel Loot, ne? Ich geh jetzt auf Steak. Können wir alt. Die kann ich noch nicht. Die müssen wir keine Bounce haben. Im Spiel mehr sind, im Normen zu spielen. Oh, blau ist ein G. Das ist geil. Ich hab mich mit einer Gediegel gerade eben von... Ich bin so selten. Ich hab Gediegel. Ich hab noch mehr Diegel. Jo, wahrscheinlich. Kannst du mir eine bringen? Äh, ne, nicht so. Junge Diegel. Ja, ich komm jetzt schon. Komm nicht. Das hier ist jetzt... Ich sag dir jetzt mal meine Inventory. Ja. Äh, epische Diegel. Blaue Dies. Gib mir meine Diegel. Woll. Bruder, gib mir doch. Junge, weißt du, wo ich bin? Ja, guck mal, wo ich bin. Ich komm grad. Ich komm. Pumper. Tuck, boy. Kann ich dir ja jetzt noch keine Diegel geben, weil wir ja noch gar nicht da sind. Brrrr. Nicht, wenn bei dir noch irgendwo eine Pumper liegt. Ich hab' selber keine Pumper. Oh, okay. Na, okay. Ich sag dir wahrscheinlich, wenn ich alle zwei freunde. Weil die eine nehme ich dann. Ich hab' ne Technik mit. Oh, ne blauer Erd. Gönnt man sich. Und ein Grabber. Gönnt man sich. Und ein Grabber. Ja, Digga. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Digga. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Diegel spielen soll. Ich hab ne blaues MG. Das ist eigentlich schon... Kuss. Waaah. Bäh. Felix. Was? Welche blaue Eiffel? Was? Welche blaue Eiffel? Nein, da gab's schon eine. Brrrr. Gib mir doch ne Pumper. Brrrr. Fuck. What happened to me? Why does this happen to me? Oh, ich hab' Double Passes in Gold. Äh, episch. Ah, morgen werde ich diese armen PS4-Spieler lassen. Oh, die armen. Was das? Der, äh, da wo ich nassiert hab, da gibt's noch Flugzeuge. Naja, das ist immer eine. Weil ich konnte entfischen hier und konnte fliegen drüber. Den sehe ich nie und nicht. Nö. Digga, Finn. Ne, hier ist hier drin. Ach so. Wie bist du? Ja, wieso bist du jetzt... Samy! Wo? Digga, Bruder... Hä, wieso kannst du... Blick jetzt zu Opfer von mir. Digga, willst du mich verarschen? Ich komme extra zu dir. Ach! Digga, was ist das denn? Du bist dumme Stück Scheiße. Muss ich dir echt sagen. Muss ich rühren. Oh, wie ist es, äh, Digsa? Digga, ich fahr ja nur mein Leben. Hab' kaum die Waffe. Noch mehr. Jo, rasch. Ich glaub, ich hab' gerade zehn Falschein. Der Mann, ich glaub' ich... Ich glaub' ich, zu stört. Ich bin nicht so chill. Ihr habt alles im Film. Doch, Mann. Max, äh, Digsa. Ähm, Refless, Max, ja, ein... jetzt nur noch ein schlapper liegen ja ich komme ich komme und zeige ich habe ja aber ein schlapper würde ich voll machen ja ich auch mal den büscher voll der haus erst von mir ab dann kommst du komm zu mir kommen sie zu mir oder nicht ich habe nicht kommen nicht auch die diegel nein ich will jetzt nicht mehr die geld ich habe jetzt man ich will jetzt hat mir das nicht nachdem die blocker nicht mit flugzeug land der meinten der autobahn e ist Ja. Hier, du darfst sogar fliegen. Kann ich mich abholen? Jo. Macht er gleich. Komm! Drop! So? Hä? Bist du dumm oder dumm? Drop mir jetzt noch die Diegel! Hä? Ich hatte deine Logik nicht verstanden. Komm, reiz rein! Kannst du irgendwie rauskommen, Felix? Ich kann nicht schlecht reinfliegen. Fahr langsam, fahr langsam, fahr langsam. Ich steig aus, ich hab was für dich hier. Darf ich fliegen? Ich hab, ich hab schon eine Pamp, alles gut. Kann ich fliegen? Kann ich fliegen, Leute? Also, keine Pamp, dann schmeckt sie so raus. Ich will aber fliegen. Kann ich fliegen? Ja, gut, toll. Ich will das nicht drehen, dann krieg ich Damage. Und die Zone kommt, Junge. Jetzt steig doch eigentlich ein, die Zone! Nein! Wir lassen dich da. Nee, Bruder hol mich ab, Bruder hol mich ab. Natürlich hol ich dich ab. Steig jetzt ein, komm, mach schnell. Steig doch! Nein, ich hab einen Tick, zwei Ticks, zwei Ticks, vier Ticks, vier Ticks, fünf Ticks, sechs Ticks. Sehr unnötig. Alter, wenn ich, wenn ich einen 194er Hit kassiere, dann schwöre ich! Ob es mal ein Cyberstar? Nee, nicht. Jetzt haben wir das schöne Crow. Weißt du, das, 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 das ist. Ich weiß nicht. Aber ich darf hier keine Heikel brauchen mehr. Cooler. Ich hab immer so einen hohen Ping, wenn ich treme. Hoher wenn ich treme, hab ich immer so... Schmeier, jetzt hab ich nicht eins. Aber der Hitze da. Das ist die Scheiße. Ich spiele Abonnenten, hast du jetzt auf dem Kanal. Ja, ne. Stehen doch. Wir sind jetzt bei dieser Fläche. Ja. Ist doch egal. Ja, da unten. Such durch. Felix, schieß doch. Eieiei. Wusste. Ah. Scheiße, wie, da steig ich aus? Ich wollte gar nicht aussteigen. Ah, junge Bruder sind die knapp. Fliegt los. Wieder aussteigen. Auf einen. Und mäht jemand. Der baut wieder unser Leben. Hä, Leute. Meine Diegel macht kein Damage mehr. Weil ich doch nicht. Da ist alles, was weiß ich. Ja, ja. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Der baut. Ich bin das. bitte Bruder Juni also nicht nach! Bist du denn dumm? Halt die kein Lender! Ähm, ja gut. Dankeschön, bitte! Bitte! Tut mir das nicht an! Ich will nur nicht spüren, ich hab das alles zu tun. Krass! Äh, Felix kann ich mich hochholen. Hm? Digga, lass mich! Ich will die Pamela! Kannst du gegen die anderen kämpfen, bitte? Ich kämpfe gar nix hier! Ne, ne, ich verwalte gerade ganz kurz. Ne, ich bin low! Ja, ich hab' ein Metcad für dich, Bruder! Ich hab' ein Metcad! Ah, Junge, ich wollte unbedingt diese Pamela, ne? Digga, komm! Digga, er editiert sich das einfach auch für uns, damit wir uns nicht hingen können! Was ist das für ein Hurensohn? Digga, Jan, was machst du? Hey, Junge! Es tut mir leid, ich suche jetzt nach den Gegner! Kannst du mit Dixer ein Set-Position trocken, dann! Ich verstehe dir das für ein Hurensohn! Oh, Junge, hör auf! Ich verstehe dir das für ein Hurensohn! Ich verstehe dir das für ein Hurensohn! Achtung, da hinten ist er! 10-Hurensohn! 1-Hurensohn! Alter, er hat mir den Todes mitgegeben Er hat 22-32 Achso! er ist über uns hilfe hier unten war ehre macht ihre macht ihre macht ihre junge ich bin doch selber low restless junge ich muss los ich habe keine hilfe ich habe keine menschen ich kann nichts bauen ja ich habe ein jump hat weiß dass ich eher sagen können jetzt muss ich noch mal zurücklaufen es macht doch gleich aber ich überlebe es nicht ja doch ich überlebe ich habe keine ich habe 13 schuss geben einmal kannst du es geben sagt und so ja ich habe pumpen und ich habe von beiden hat okay geht mir auch sein weil ich habe 16 schuss hier ist schon mal pump ich brauche keine fahre ich brauche eigentlich muss einfach bitte ich brauche ich brauche alles klar war und ar schluss kann es mir auch davon was geben ja und hier noch mal und danach eher jungs könnte man irgendwer wir müssen weiter noch jungen was ist das machen aber richtig da sind klugen spreche ich eigentlich um dort bitte wenn der dräger drin ist dann kann ich mir ja klar kriege ich will den druck ja ok eigentlich wollte ich mir grad wohl hey jung ihr rennt alle an der tankstelle vorbei aber egal der einzige loot shop auf dieser ganzen er gibt mir mal den ding sagt dass ich nehme ich habe kämpfeier ich will das lagerfeuer auf mir ich will das radio nehmen ich kann das nicht ich kann das nicht aufnehmen soll jetzt jetzt noch kein feierbar liegen mach jetzt wir haben uns geteilt er kann jemand mal das bauen übernehmen ich habe keine mädchen ich kann nichts machen ich werde von drei seiten ich bin ich mache nicht machen es waren vier leute pressure auf mich hinter der felix ich hätte ihn nicht hingekriegt meine wieso machst du kein rift zu groß das rift zu gemacht nein ich sehe es sogar noch auf dem hirn legen ja genau nein ich habe ich wurde abgeschossen während ich werfen die nasen fluglafen wo es scheiße egal ich weiß dass du brauchst du machen wollen wir du machen oder wollen du oder plecker wir werden aber versuchen wir rufen uns gegen welche eine machen wir wild west solo und dann auf amerikanische server ein junges heimburg ich bin trotzdem kurz weg ich bin jetzt wirklich kurz weg wie lange Vielen Dank. 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 Jan? Jan? Ja, mach ich. Ah, da bist du ja endlich wieder vom Mikrofon. Okay. 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 ich bin zurück hast mich dann gehört also ich finde es ist so nice den bullseis ich bin zurück ich bin zurück ich bin zurück ich bin zurück du bist schon wieder weg Kapper. Hä? Ja, ich weiß. Tschööö. Ich habe den Busfahrer schon wieder nicht geklärt. Ich hasse es nicht. Jans. Ja. Jans. Nein. Ich habe immer so einen hohen Penguin, ich streame. Ich weiß nicht, woran das nicht. Ich stelle mal wieder größere, höhere Verzögerungen ein vom Stream. Das ist ja eigentlich egal, den Leuten. Ne? Würde ich ja... Aber dann livestreamst du ja nicht. Oh mein Gott, hier hat einer den 3.000 Millionen Euro Skin. Oh mein Gott, dieser Typ ist One-Hit. One-Hit? Ja, mit der, mit der Spitzer. Bruder, ich habe halt göttlich noch nicht so, aber ich habe das aber auch schon. Dann ist ja scheiße. Hast du den jetzt kennengesehen? Bruder, der Skin ist ja göttlich. Geht jetzt aus. Auf geht's. Passiert. Der 1 AP bringt, was du zeigst, ja. Wenn ich jetzt nicht 1 AP beleidere, Jungs, oh Gott. Ist meine Chef, ich hoffe. Nee, ist keiner, oder? Ja. Oh, ja, ja. Lack! Mom, fuck, ey! Der hat mich geray! Alter, der war heftig! Der hat gezogen, ich hatte schon gar nichts mehr zu schicken. Warte, ich muss einmal... Jan? Jan? Junge! Jan! Junge! Ja! Ich hasse das, wenn du nicht redest! Achoo! Ich hab... Ich muss... Warte, ich will immer wieder... Ich muss den Streamer beenden und wieder neu starten. Aha. Ja? Jan? Jaha! Jan, warte, ich will einmal kurz gucken, wie mein Ping. Wir machen jetzt noch eine Duro... Eine Duro, und da haben wir mal... Guck mal, irgendwie Playground. Ich will nur gucken, grad wegen meinem Ping. Ich will gucken, ob der jetzt besser ist. Ich muss gucken, ob ich überhaupt live bin. Der... Ich lass halt, ähm... Mein Streamer, äh, Grafikkarte gelaufen. Ne, das ist das Problem. Weil ich keinen, äh, 6-Kernigen oder 8-Kernigen Test habe. Ich hab nur 4-Kern. Ich hab nur w gemattet. Ich muss P escuchätenz iTunes und siebenetta sein. Ich muss mich eigenregulieren, die lustre st Roy premien. Es ist ein einzig, damitwertig, oder? Ich muss jetzt das, was ... Fach, bei danach correspondence Life ist. die so ein ich bin am Ende raus ich verstehe nicht wieso ich immer so einen hohen Ping habe ok ok last pleasant fucks im wieso habe ich jetzt ein 0.30 ich habe den Stream da schon auf 90 Sekunden Verspätung ok nicht ganz aber ich hab den schon Scheiße ich habe keine Waffe und über mir sind zwei ok ich habe keine Waffe ich habe keine Waffe ich quitter direkt ok bitte den holst du komm weil wenn du den nicht holst dann weiß ich nicht ich habe keine Waffe ich habe keine Waffe ich habe keine Waffe dann hiel dich alles an oh gold trooper geil das passt richtig das Backpack dazu ich will mal gucken wie der später rutsch oder aber sehr und mit der Sense eieieiei ok ich liebe keinen Bock mehr zu gucken hm hm und dann und 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 das und und denn ne ich bin äh du weißt schon ja ja wenn ich es klar wie heißt er denn äh ich heiße äh ich hab neun Namen er hat viele Namen du kannst mich Paul nennen Paul ok sehr wie viele Namen hat er denn bitte sehr viele Namen er hat kein Schild, ich geh Team 3 er ich geh Team 3 Jan, geh mal Team 2 bitte sehr viele Namen ich bin noch nicht da ja du kannst äh Dings da Jan, du kannst auch Team 3 ok, ja alles gut du brauchst kein Team mehr wechseln hier ist wieder was zum Ende und was drin lag super ahaha, wie hab ich gar nicht mehr wechseln ok ich geh Team 3 naja, es ist schon, du brauchst gar nicht mehr wechseln, du brauchst gar nicht wechseln ok ich spring ab wir gehen Tilted ok wir gehen Tilted nein, ich geh Tilted hä? ich will allein gehen ich will allein gehen du kannst mich Paul nennen mhm tue ich ja schon ihr ok, was ist mit dem anderen von mir los? ja Junge, ich konnte nicht raus also bitte so nö ah, das finde ich gut das finde ich super sehr nö ne ey, du bist im selben Raum äh, da bist du? ne zumindest nicht wo ist denn hier ne Christus-Wortnite? über mich? ah oh boah ich hab ne ich hab ne lilan ist da ne pump geil keine Ahnung ob mir gerade über die Zücher auch nicht schwehen bist du lebst gerade? jup alter, voll lieb, beste Kunde tschüss Main Tower ok, wir machen ohne Heal, ne? wie was? ohne Heal ach ohne Heal? ohne Heal ja also mit Heal finde ich ohne Heal also mit Heal, ja, ne? ohne witz ohne witz ohne ok, ich muss auf, tschüss halt der schweig ich小ere nicht nur eine Dinger putt es ist eine Schuhe, die du bist da was du machst? dein Freund ist hier? du bist schweig, oder? ja du bist Jan ja hat die engel Papa, warum ist das? Es ist 6-3. Wo war's das? Nö, als ob er eine englische Plata hat. Habt ihr keine Gemüse oder Obster mitgegessen? Nein. Welche Perfekten? Ohr, auf! Geh raus! Weil ihr seid Piraten. Digga, es geht doch noch gar nicht raus. Der Fort hat auf der Schulabend. Ey, Jungs! Jungs! Jo, ohne Spraywaffen! Ah! Oh fuck! Wer gesagt mit Spraywaffen? Papa! Super! Digga, kannst du den doppel-edit? Ich kriege nicht hin. Doppel-edit? Durch den Boden und durch Platte gleichzeitig im Lauf durchdreht. Also wenn du die Treppe nach oben baust, meine ich. Nein, ich bin nicht. Hä? Nein! Nein! Was ist jetzt mit Paul? Ich hab sogar einen Zuschauer. Keine Ahnung wer. Auf jeden Fall hab ich einen. Das ist wenn durch. Komm mal zu mir. Ich hab so viele Lower Pee. Dann kannst du doch kommen. Okay. Machen wir jetzt mit oder ohne? Ohne, ne? Äh. Okay, dann... Lass... Lass nur mit... Äh. 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 Okay. Mach ich. Äh. Ja und Pump. Abgemacht. Check. Was hast du für ne A? AK. Blau. Ah. Welche Pump hast du? Welche Farbe? Hallo? Jan? Volt. Ja. Ja. Ne grüne Pump gegen ne goldene. Das ist mal gleich. Ich weiß wo ne blaue Pump ist. Nein. Sag mal. Hau raus. Sag. Digga, ich will doch nur die blaue Pump haben. Digga, gib mir doch die blaue Pump. Ich warte hier. Komm gib. Digga, dann kill mich doch. Sag mir doch wo die blaue Pump ist. Ich will die blaue Pump haben. Gute. Blaue Pump ist... Lutlake. 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 Wo Lutlake? Lutlake ist groß. Ungefähr... Hier. Hier. Hier so. Ich sehe den. In den Geschenken. Ah. Ja, ich sehe es. Nice. Danke. Ehre. Jo. So. Okay, kann losgehen? Nein. Nein? Nein. Ich muss mir doch noch die Lama abratieren. Weil ich keine Muni hab. Jetzt los? Nö. Digga. Also darf ich nicht. Nö. Ungern. Ungehör. Jetzt los. Ja, meinetwegen. Wenn ich immer denk willst, Junge. Zeig dich doch, wie neuer ist. Du hast ja sowieso keine Schneider. Aber was bringt dir das? Den piepke ich auch nicht. Ich sehe ja auf der Map, wo du grad wirst, dass das ist. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Ja, super. Das ist... Mal... Ein Spiel hier. Ich tanze halt selber, aber egal, dass du nicht runterkommst, ich binig aktiv. Schicka! ich möchte doch eigentlich nur meine 90 ich möchte doch eigentlich nur meine 90 unter also genau 50 habe ich noch ganz kurz geht mir noch fünf sekunden oder okay du kannst doch nicht machen oder wenn du willst ja ich weiß aber wir machen ja ohne heil und ohne respawn toll bäume ich krieg da kein dach über was bringt das mir ist wenn ich auch nie droppe ich will doch deswegen gar nicht einen unter ja das war so scheiße von mir habe ich die lebe abgeschoben nein nein ich glaube ich schieße mich ab ich glaube wir haben ungefähr bei der gleiche länge ja was war das denn gerade für ein fail das war das denn ich habe dann jetzt jeden schott Das geile ist, wir machen ohne hier und ich hole dich jetzt. Vorsicht zu pieken, dann ist er weg. Wenn er vorsicht zu pieken, ist er weg. Scheiße! Tut mir leid, es tut mir leid. Du musst nicht fließt wollen. Nein, es tut mir leid. Was? Ich habe aus Versehen mit. Ach man, wir haben gesagt ohne hier. Das ist voll unfair. Jetzt fall ich runter. Leck mich doch. Junge, wieso trinkst du? Es tut mir leid. Ja, ja. Ja, guck, das hast du schön und ich nicht. Ach komm, weg mich doch. Ach, ich bin scheiße. 70. 56. Ja, 56, ne? Ja, ich hatte halt 12 AP mit. Ding, aber wo bist du denn? Bist da oben, Gammler? Was soll ich denn was bringen? Ich habe jetzt noch weniger als du. Nicht egal, du schießt einfach so, weil du meinen Namen bist. Das ist schon. Reflexe. Weißt du was? 1000 EQ weg. Was ist das? Hey, ich komme keinen Boden bauen. Ach man, Junge, das ist scheiße. Ich habe keinen Bock mehr. Am wenigsten kriege ich jetzt zwei neue Pumps für dich. Na, gib mir auch. Ich glaube, ich sollte nicht mehr Akarsch werden. Ich habe die ganze Zeit einen Zuschauer, ich weiß nicht wer. Bist du das? Nein. Ich wette, das ist Flo oder Passi. Oder Nuri. Ich habe drei Geschenke gemacht und zwei davon waren dann neuer. Na, komm. Du sagst dann zweit. Ja, sofort. Was ist das noch? Ach, ich habe mich nicht mal metzt. Lul. Egal, ich habe gerade das. Ja, lul. Ich komme einmal hoch zu dir. 1008. Digga, ich bin wieder weg. Ich glaube, was soll das? Naja, okay, du fixest mich gerade unnormal. Ja, ich habe ein bisschen an meinem Elben ge- fixelt. Schieß doch nicht in der Luft, Junge. Junge. Halt, stopp, jetzt rede ich. Digga, was ist das für ein Blumen? Wie hättest du mich da? Oh, du gibst mir natürlich ein 94er-Hit. Ist auch normal, yo. Leck mich. Das ist so klasse, dass du das gemacht hast. Ah, die Treppe. Hat die sich weggeschopst wenigstens? Digga, wo ist wir denn eben? Hä? Digga, bei mir dachte ich... Ich hab' beide mal eine drauf. Hä, diese Treppe ist denn das? Hä? Digga, was ist mit meinem Blumen? Wenn ich jetzt bekomme ich die Heule. Ach man, was ist da denn los? Ich will das gar nicht. Ich war die ganze Zeit auf 10 HP. Nicht weiß. Ich bin so scheiß'n einfach nur. Hilo, Hilo bist du? 29. Ich bin so, ich glaube, ich nimm die AK weg. Ja, guck mal, wenn du mit deiner Pantys hast, hast du eine höhere Feierrate. Und ich komm jetzt nicht gerade. Teils mit der neuen auch, ne? Ja. Warte mal kurz, ich will mich ruhig mal stammeln. Warte für den Baum noch kurz mitnehmen, dann bin ich glücklich. Aber am geilsten war es nicht, dass ich in der Luft ein Part geläsert bin. Digga, du hast mich unnormal geguckt. Guck mal, ich hab' die so lange schon, nur das ist eigentlich 110 HP. Wie geht's weiter? Jo. Kannst du ruhig. Ich bin sowieso tot, also was soll ich machen? Mit Glück bin ich da jetzt. Ja, ich bin halt wieder voll drauf, leck mich doch. Guck mal, jetzt wär' schon wieder die AK deutlich besser. Bei dir hat hier ein kleinere Farnkreuz, hätt' ich nicht so starken Blumen. Ich will kaum noch packen, tschüss, ich bin wirklich wo mein Pumpfluss. Du, Beifussgang. Es ist egal, Junge. Bitte, das nen Pumpfluss, bitte ich jetzt mein Lama, bitte. Ja, ich hab's noch nicht. Ja, ich hab's noch nicht. Mann, wo ist die? Im Baunehalt bin ich noch ein bisschen weniger als du, ne? Oh mein Gott, ich hab mich gerade selbst gechallt. Was ist das? Montana Blackhead. Da könnte ich. Hier, da muss man lernen mit Parameter. Mann. Aber mein AIM war Vordiger, mein AIM war Vordiger. Ja, aber ich konnte nicht abdrücken, das war mein Problem. Ich denk mir so, what? Na so, ich wollte mir gerade die Lama's gerne noch machen. Aber jetzt könnt ihr die bei AIM? Mein AIM ist gut geworden. Bitte lass mir einen Lama bitte von denen. Kannst eins haben, aber bist du, dass mir ein anderes. Okay, ganz kurz, äh, Frieden, ne? Mhm. Alles gut. Was ist das denn, drei Schaksaks hier raus? Guck mal, Bruder Jan! Hä? Ja, ich hab eh mal aus dem Loot Drop zwei bekommen. Das ist drei Schaksaks. Was ist das? Okay. Nein, warte, guck es dir an. Was ist das? Das ist eine Legende. Warte, ich mach meinen Grablar schon, warte mal weg. Ich muss doch kurz fahren. Oh! Digga, wieso krieg ich jetzt drei Schaksaks? Ich hab das noch nie. Vernichtet die Schaksaks. Und vernichtet die Schaksaks. Warte, hier. Oh, was ist das denn? Okay, wir machen unser typisches Baudel. Mach mal deine Treppe in eine andere Richtung, das ihn in eine andere Richtung zeigt. Ja, okay. Du editierst gleich auch, okay. Du weißt, wie das funktioniert, ne? Zwei Treppen nach oben. Aber richtig auch editieren. Einzelnen im Fenster nach mit und die drei Runden. Okay, Laufsprint gegen die Wand, dann editier auf. Irgendwann geht's dann los, wenn du auf geht. Los. Zwei Treppen und danach alles erlaubt. Und die 90s fang ich wieder. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott! Ja, das leckt! Voll wenig erfährt grad. Es ist vollass... Du kannst hier ruhig alles drunter füßen. Ja, aber du bist da hin. Ja da bist du. Ich glaube doch, da bist du. Wie er einfach runtergeschwungen ist. Bruder. Ich wusste genau, dass du da auf- Ich hab den ersten nämlich verkackt. Okay, okay, guck, jetzt. Okay, machen wir das nochmal. Jan? Jan? Jan! Jan? Nö. Ja. Okay, er ist weg. Ja. Jo. Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Du bist es für heute? Das war's für heute. welchen soll ich denn schon wieder von nehmen? Nimm irgendeine! Uiuiui, ist das jetzt? Okay, ich hab schon mal die Wände hier alle kaputt gemacht. Ist ja kein Problem, ne? Geil! Das stimmt. Null! Was bin ich denn hier? Ja, was passiert hier? Ich kann das Ding ja gar nicht mehr steuern. Hey! Hey, das ist auch die Gute! Joa, schon! Joa, wie geil! Ja, ich knall die ganze Zeit in den Bounce Pass, oh man! Wieso sind manche, äh, sind die extra falsch herum? Hä? Ja! Arda! Das soll triggert sein! Arda! Ja? Toni? Warte mal bitte, warte mal, warte mal! Ja, schrei nicht so bitte, bitte schrei nicht so, bitte schrei nicht so! Bitte! Danke! Ups! Ist das oft genug? Digger Junge! Komm! Ich streame gerade, also! Nicht so schreien! Okay, deine Zuschauer haben eine Betrug oder was? Jo! Ich geh! Ja, sicher, das heftig ist ja auch noch mal überhaupt nicht echt da! Okay, ich hab's geschafft, glaub ich! Ich bin durch! Bist du denn am Ende? Ja, ich bin durch so'n Tor gefahren am Ende! Achso! Okay, was ist deine Meinung? Ähm, ich gib her, Kappa! Ja, okay! Jetzt ist Kappa Eis! Guck mal, wie viel Speicher... Aber es geht doch voll fit für das erste Mal! Guck mal, wie viel... Guck mal, wie viel... Guck mal, wie viel belegte Speicher ich habe! Guck mal, wie viel gebaut ich habe! Ja, voll... Lass ich's nur du! Jo! Komm, dann mach du doch mal eine Rennen, was ich so ein Heft hab! Digga! Digga, sollte ich dich schreien! Danke! Hab ich dir grad eben schon gesagt! Ne, nicht! Genau deswegen bin ich besser nach rausgegangen! Genau deswegen! Arda! Ja? Oh, scheiße! Nicht so laut! Bitte nicht! Sieh's nur! Nuri, komm! Eins gegen eins im Autorennen! Let's go easy! Außenplätze fertig! Mach! Komm, Nuri! Was? Eins gegen eins! Eins! Okay, dreh dein Auto, dreh dein Auto! Okay! Jo! Ja, okay, das ist schon wieder... Egal! Arda! 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 Oh, hier brauchst du nicht mal zwei Leute durch! Digga! Digga, schreibt es so laut! Digga, ihr schreibt alles so toll laut! Digga, ihr schreibt alles so toll laut! Ich has... deswegen... Hallo! Ich lasse halt deinen Lautstark auf 100, 100, 100 auf! Digga, ich will Nuri auch verstehen! Der einzige, der nicht verstehen will! Ach ne, hier oben steht ein Auto zwischen! Ey, das ist scheiße! Nuri, ich kann nichts machen! Wo seid ihr beiden? Oh, wo seid ihr auch nicht! Oh! Wir sind nach meiner Kreativ Mode! Ah! Ich bin in deinem Bruders drin! Ja, mein Bruder ist dran und mein Bruders Freund ist dran! Der gerade mich springt! Seid ihr bei dir im Kreativ Modus oder bei deinem Bruder? Wer ist das? Wieso schreibt ihr das? Wo, Arda? Das ist meine Fall! Es gibt Report! Ja! Arda, welchen seid ihr drunter? Ist doch auch egal! Hey! Wer hat meine... Wer hat meine... Wer hat meine alles kaputt? Oh! Nuri, bist du hinter mir oder vor mir? Ich weiß es nicht! Mein Auto ist gerade umgekippt! Okay, ich bin glaube ich weiter! Ich hoffe! Ich hab keine Ahnung! Okay, ich bin jetzt gerade am Ende! Juhu! Danke! Okay, ich bin jetzt gerade... Ich fahr jetzt in jeden Moment durchs Ende! Nuri, bist du von... Schämme soll Gott vor? Die Montana weg von mein kleiner Bruder, der sich in die Map her geht! Okay, ich hab's durch! Nuri, hab's durch! Oh, ich warte hier! Ich hätte dann noch nicht! Echt? Ui! Als Braun! Komm, lass dich tanzen! Also, wenn du's so sagst, wenn du's so langweilig findest, dann erstell dir doch selber... Juhu! Ich hab' keiner... Ich hab' wilde... Ich hab' noch andere Robby! Ich rede was lieber! Jetzt schreib' mich diese so an! Juhu! 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 zusammen was man jetzt wieder verbunden machen dann war es ich will mal sehen wie dein bruder das hat er davon er junge lassen er würde das nicht korrekt braucht es gab er hat das ist tot weil ich habe ich habe ich habe das gerade gespeichert ganz schnell noch ja okay ist trotzdem tot also dein ganzes märk ist tot sagt er ja die ganze insel ganz ist ja nicht zerstören kann es aber nicht zerstören weil er hat das er hat er hat die richtigen nume gemacht nur mir dann soll mir wieder rechte geben wir haben wir schreiten mich jetzt noch einmal so an erinnert man kann doch wo man hier mit schreibt er nicht so rum es ist ja ich habe die anderen schon gemütet und alles gut du bist so perfekt ab und zufrieden die er irgendeine schon etwas zufrieden und zufrieden und zufrieden und zufrieden oder erstet Und dann gucken wir uns mal. Okay, das war mein kleiner Ruder. Digga, was ist das hier grad für ein riesen Hust gewesen? Nein, nein, seine Map ist nicht down. Was? Oh, er hat keine Manieren. Was willst du machen? Was wollen sie machen? Oh, er hat keine... Man kann nicht tanzen, das ist so scheiße. Ich wechsle mal meinen Platz. Jetzt kann ich dazu meinen Freundinnen. Digga, hör auf, sowas zu machen. Das hier? Ja, das macht man nicht. Hier zum Fuß geht der Pokur hier noch viel schneller als du mit Auto. Ihr geschafft. Easy. Tschüüüüüüüüüüüssh! Er sagst du die Hohen, sag problemas. Digga, als du Fußes hast, ist wie geiler. Du kommst einfach über die Sachen drüber springen, weil du die... Digga, eigentlich neulich was passiert hier? Oh, er hat so die Hohen so gesagt, ne? So, das selber macht. Digga, er hat mich hohen so beleidigt. Digga, weiss ich überhaupt was das bedeutet? Frag ihn mal was das bedeutet. Ja, ich war schon was bedeutet. Dann sag! Ich hör! Ich hab dich wieder entstanden. Los, sag! Sag! Das heißt... Deine Mutter verkauft dich viel Geld. Alter, was bedeutet das? Das heißt... Er sagt... Er sagte gerade, das heißt, deine Mutter verkauft dich viel Geld. Jo. Genau, das heißt auch direkt Hurensohn. Jo. Ja, ein bisschen dumm oder dumm. Er weiß einfach nicht, was das bedeutet. Ist das traurig oder traurig? Er sagt es und weiß es nicht. Find ich selber. Ach komm, ich hab keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, wie man mit solchen Leuten spielen muss. Dann spielt sie dann mit Benni. Dann tu ich mir das nicht an. Benni! Ist online, aber... Aber da sind schon viele Dings, viele Leute drüber. Nein, die sind zu dritt. Ich bin nämlich gerade gegangen. Ich krieg dich. Oh. Wer ist denn der Letzte? Der ist auch mal ein Austrian. Ist das wieder Dingsagerops? Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017